Mitchum ist Marlowe und Mord ist immer noch Mord. In Raymond Chandlers Tote schlafen besser. Robert Mitchum ist Philip Marlowe. Sie können einen Menschen umbringen, nicht wahr? Ich bin Privatdetektiv. Es war so ungefähr 11 Uhr morgens, ich war frisch gewaschen, frisch rasiert und nüchtern. Und ich hatte eine Verabredung mit 10 Millionen Pfund. Sarah Miles ist Charlotte und das hat sie verdient. Jetzt werden Sie wohl auch Geld haben wollen, was? Oh ja, ich bin sogar ganz wild darauf. Der 50 Pfund am Tag. Lauf ich an der Kugel vorbei, riskiere mein Leben, schlag mich mit den Bullen rum, sage Danke vielmals und lege meine Visitenkarte auf den Tisch. Wieso? Wieso? Er ist geisteskrank. Du hältst deinen Mund, Agnes! Joan Collins ist Agnes. Ihr Geschäft ist erpressen. Richard Boone ist Canino. Canino ist ein Killer. Candy Clark ist Camilla. Camilla küsst. Edward Fox ist Brody. Er ist das Ziel. Oliver Reed ist Eddie Mars. Er gehört zur Gang. John Mills ist Carson. Er ist der Bulle. Und James Stewart ist der General. Seine Geschäfte mit Marlowe sind rein privat. Ja, es tut mir leid, aber es liegt sicher an der heutigen Erziehung. Sie sind süß. Und so schön männlich. Sie sind so sexy. Camilla kann dich gut leiden. Sie hat eine ganz schön niedliche Figur, nicht? Ja. Ich bin aber auch nicht schlecht gebaut. Ich will meine Bilder, Joe. Sie waren ja nicht gerade zimperlich, Marlowe. Es sind alles Feiglinge im Vergleich zu Ihnen. Sie haben es anscheinend immer noch nicht begriffen. Ich bin Detektiv. Ich tue nicht nur so. Ich bin es tatsächlich. Kommen Sie und erleben Sie eine Geschichte über Liebe, Erpressung und Mord. Kommen Sie und erleben Sie Robert Mitchum als Marlowe. In Raymond Chandlers Tote schlafen besser.